Was habe ich heute zu tun? Welche Kunden rufe ich an? Wie reagiere ich darauf? Allgemein, die Arbeit macht mir Spaß. Mein Name ist Sarah Arnold. Ich bin seit September 2011 bei Hansgrohe, habe Heizungssanitärmeister gemacht und einen Betriebswirt und habe mich dann entschieden, in die Industrie zu gehen. Ich arbeite im Meisterservice. Das ist ein Bereich, da teilt sich in zwei Teile auf. Die Telefonbetreuung der Kunden und Produktfreigabe. Der Meisterservice stellt die telefonische Zentrale sozusagen dar. Der andere Teil ist der Prüfraum, nennt sich AWT, also Produktfreigabe. Dort werden die ganzen Prüfungen, das ist sozusagen der praktische Teil und der Umsetzerteil oder theoretische Teil und der Telefonkontakt findet im Meisterservice statt. Bei uns arbeiten auch nur Meister, weil oft sind auch Fragen betreffend nicht nur Armaturen, Wissen, was man sich aneignen kann im Prüfraum, sondern es sind auch viele Fragen, die dann sich überschneiden mit Fragen zu Hausinstallationen. Man braucht schon ein umfangreiches Hintergrundwissen, um am Telefon mithalten zu können und ihre Fragen beantworten zu können. Wenn ich meine ehemaligen Meisterkollegen treffe, muss man sich nicht verstecken. Hans Grohe, das ist ein Name, der spricht für sich selber. Allgemein, die Arbeit macht mir Spaß. Welcher Kunde mit welchen Problemen bei dir anruft oder ob man ein neues Produkt in die Hand kriegt, ist schon spannend. Was werde ich am Ende vom Tag wieder gelernt haben, weil man einfach jeden Tag lernt. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.